Karin, du siehst so cool aus. Du musst einen Charakter nehmen, der ein bisschen lower aussieht. Es gibt die vier Elemente. Eis, Feuer, Gift und Strom. Ich nehm blau, ich bin Eis-Eis. Ich kann nicht changen. Wait, what the fuck, was geht jetzt ab? Oh nein. Ich spiel einfach mal so, wir probieren mal kurz. Ihr machen ready? Ähm, hab ich, oder? Ja, achso. Nee, ja doch jetzt, ja. Müssen wir noch irgendwas machen? Ich glaub nicht. Nein, okay. Okay, ich bin sehr gespannt, Chat. Im Grunde ist es ein Hack-and-Slay mit Bossen auch und so. Das sah sehr cool aus. Ich bin sehr gespannt. Chat meint, das ist ein gutes Game. Ja. Ich glaub, ich muss Sound gleich noch ein bisschen lauter machen. Das ist sehr leise. Alright, ich bin der Blaue, Kevin ist gelb. Besser gesagt, orange. Ich würd sagen, das ist mehr orange. Mach mal Angriff-Attacke doppelt. Dann machst du so einen Swinger. Ja, oben, ne? Dieses. Ja. Kreis ist für mich gar nichts. Okay. In der Luft kannst du auch so. Ja, das hab ich schon gesehen. Alright. Okay, dann wollen wir mal hier mit den Atzen labern. Ja. Hier, nimm diesen Heiltrank. Drücke den rechten oder linken Bumper, um dein Inventar ein- und auszubinden. Okay, und dann B. Drück halten RT, um deine Magie zu aktivieren. Ja. Das ist, glaub ich, die Magie, die wir haben. Okay. Ja, rund lang das Kämpfen. Scheiß drauf, wir checken das schon. Ja, Mann. Wir sind nicht von gestern. Ganz ehrlich, wir sind doch Gamer. Ja, Mann. Haha. Oh mein Gott. Ich hab mich erschrocken. Sorry, Bro. Opa. Pass auf dich auf. Hey, yo. Was ist hier passiert, Mann? Yo, 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 yo. Was geht ab, Mann? Deine zwei Superhelden sind schon bereit, um das Böse aus dieser Burg zu vertreiben. Haha. Oh, ja. Okay, das sind so Stream-Viewer, die müssen wir jetzt zertragen. Okay, das sind unsere Freunde. Ja, was geht ab, Freunde? Oh, die sehen böse aus. Alright. Oh, 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 oh. Ich hab dir in der Tür genommen. Easy. Verwende deinen Heiltrank, wenn du Leben verlierst. Ah, mit Kreiskleppern Sprinten, oder? Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Boah. Ey, was? Ich bin verdammt scheiße in dem Game, ne? Es wird definitiv nicht am Controller liegen. Ja, doch. Ich glaub, man muss so ein bisschen fighten wie bei Dark Souls, dass man immer so nach zwei, drei Hits nur ein bisschen zurückgeht und so. Ja, hab ich dir auch grad dran gedacht. Das Dark Souls noch nie gespielt, Bro. Äh, nur auf Stream. Ah, scho, scho, scho. Ey! Lass doch mal die Ladies! Ey, scheuer auf mit! Los, komm, wir müssen jetzt die Geilen retten. Mmh! Hey, Don'ts. Was, isst du gerade? Naja, nein, nein. Wir sind mitten in der Schlacht, Junge. Ey, kommt noch ein paar Kollegen hoch? Oh mein Gott, mit Bogen! Aber wir haben auch Schilder, ne? Wir dürfen das Schild nicht vergessen. Ja, benutzen wir nicht. Ist wie Bremsen. Ja, nicht für Spiele. Ja, mach man nicht. Wenn du den kleinen Angriff spammst, dann machst du so eine Attacke über oben. Die ist auch mega krass und die macht AOE. Oh, Bananen Donkey Kong! Ich hab so ein Chicken bekommen, für 50. All right, guck mal ganz kurz. Wir sehen auch, wie viel Geld wir haben und EP. Ja. Okay, mit Geld können wir bestimmt später was kaufen. Hey, Digga, was ist das hier, Pokémon? Ich find's aber bis jetzt cool. Es macht Spaß. Oh ja, komm, wir. Warum soll einer mit mir nicht schon wieder essen? Alter, würde ich die ganze Zeit nur essen, Junge. Junge, lass mal Papa Platte in Ruhe, Mann. Ist so. Weißt du überhaupt, mit wem du hier redest, Mann? Junge, du kannst froh sein, dass dieser Stream kostenlos ist, Mann. Bro, ich weiß nicht, ob dieses Feature weggemacht haben, aber man kann auf jeden Fall für Subs aufstehen, ne? Nur für Subs, ja, das gibt's immer noch, glaub ich. Warte, wer ist denn der Weiße hier? Hä? Hä? Wer ist er? Der kann nicht bei uns mit spielen. Oh, wir können K... Oh! So stelle ich mir den Average Stream Viewer vor. Kein Hemd, keine Schuhe, keine Bedienung. Bro, aber 32 für den Katana? 12? Können wir zusammenlegen? Glaub nicht, oder? Ja, was ist das für Preise? Wie soll man so viel Geld in den ersten Battle bekommen? Guck ihn dir mal an, Bro. Was willst du? Wir retten gerade deine gesamte Burg und du willst uns trotzdem noch abziehen. Haufen mehr Sachen. Kaufers, ja. Hat der die Scheiß auf dem... Oh! Oh! Das ist von mir! Oh, mein Gott! Oh, das ist Level. Okay, diese weißen Atzen, die helfen uns immer. Ja, weil man, glaube ich, auch normalerweise das Game Zofield spielt. Wie würdest du die Gegner gerade nennen? Was sind das? Goblins? Orks. Auf jeden Fall Orks. Würdest du sofort wissen, was der Unterschied zwischen einem Ork und einem Ogre ist? Ja. Sag. Das weißt du wegen WoW, oder? Naja, also wenn ich jetzt den WoW-Ork mir vorstelle, dann ist der halt grün und eine Ogre halt nicht. Kann aber auch grün sein. Weiß ich nicht. Eine Ogre sieht anders aus halt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Okay. Digga, was machst du denn du da? New Combo! New! Hab ich aber nicht bekommen. Oha! Du hast ein Level ab. Holy shit! Put dir das an! Oh! Oh, du hast ja auch geil. Let's go! Ah, wir sind Level abgekommen, Basti. Wir schalten neue Karten frei. Alright, cool. Hogars. Yeah! Ja, Ogres sind eher groß und Orks sind etwas kleiner. Genau, genau. Und beide sehen eklig aus. Elija, danke dir vielmals für 20 Monate. Leute, geiles Game. Ich finde es richtig sick. Okay, aber der neue Skill ist mehr so für Luftangriff auch, ne? In der Loh... Ja, der ist mega useless für jetzt. Ich glaube, den brauchen wir erst später. Aber ich glaube, das ist ganz gut zum Dodgen, weißt du? So Wuppa und dann Repositioning. Ja, noch ist es easy auf jeden Fall. Ich finde, wir haben auch relativ viel Leben. Ja, ja, wir sind crazy OP gerade. Ist es... Oh! Ich bin... Ich bin... Was zum Fick geht jetzt ab? Warte kurz. Nee, es hat 12 Euro gekostet, Leute. Aber mit dem Code Papa zocken könnt ihr 5% sparen. Ähm... Was passiert mit meinem... Let's my bro? Das ist los, wir haben kurz technische Schwierigkeiten. Ich habe das mal gecleared. Nimm den Heiltränken. Ich check noch nicht so ganz mit Heiltränken. Also... Oh, der ist wieder da! Ja! Oh, der ist wieder weg. Oh, der ist wieder weg. Oh, der ist wieder da! Holy shit! Okay, wir machen einfach so lange weiter. Man kann sich auch retten. Das geht. Macht Magie einfach so schamig durch den Durchlauf? Niemals, oder? Weiß ich, ich habe es noch nicht benutzt. Nee, macht gar nichts. Ich weiß nicht, was das ist, Digga. Vielleicht ist das so... Oh, hier! Bro, Magie drücken und dann oben. Die Schleckerattacke. Dann machst du so einen Feuerball. Oh, der Eis! Oh, du bist Eismagier, Bro! Ich habe einen Bogen. Oh! Das ist kein Spielzeug. Wer ist er? Diese Länderflagge kenne ich nicht. Ich mache Feuerball. Wusches, Wusches. Oh, warte, warte. Jetzt. Oh, ich kann die freezen halt. Easy. Holy shit! Big damage! Aua! Meine Lebensanzeige wird langsam geringer. Meine auch! Ist dieses Spiel vielleicht doch zu schwierig für unsere beiden Helden? Haha! Bleib dran in der zweiten Folge von Castle Crashers! Dieses... Haha! Dieses... Haha! Alter, ich habe ja diesen... Basti ist der beste... Variety Streamer und Kevin ist saulangweilig. Bro, wie lange macht er hier Herz-Druck-Lof-Massade? Also, was ist denn das hier eigentlich? Er ist komplett dran, Junge. Junge, wer ist her? Bro, wir sind beide total low. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ja, moin. Haha! Ich bin da. Schnell! Ja, moin. Okay, wir sind wieder da. Huge. Okay, ich habe eine Bürde gedroppt. Okay, das ist so wie der erste Boss-Fight. Okay, wir müssen immer diesen Dinger ausweichen, Bro. Ja. Ja, perfekt. Ja, top. Ey, können wir dieses große Ding angreifen? Hast du das mal? Ich weiß. Ja, können wir, können wir, können wir. Das hat viel. Okay, weg, 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 weg. Schönen Dodgen, Bro. Ja, ja. Du kannst mich aber auch retten. DKI, das läuft so runter. Ich rotz einfach meinen Controller voll. Meinst du, man kannst nur angreifen, wenn es steht? Ja, jetzt, jetzt, ran, 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 ran. Nee, kann man auch so, kann man auch so. Man kann auch immer angreifen. Au, au. Der riesige Steinbock. Was für ein Sternzeichen seid ihr, Leute? Oh, jetzt, 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 ran, ran, ran. Okay, das scheiße, wie brennt auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen halt weitaus mehr Damage, wenn es auf ist. Ja. Aber im Grunde können wir immer attackieren. Bro, ich mache gerade halbe Herzschallenge, ne? Okay, jetzt geht es wieder auf, jetzt geht es wieder auf, glaube ich. Oh, big, 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 easy, 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 easy. Komm, komm, go, 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 go. Wir sind wieder full life, wegen Level ab. Oh, geil, big, big, big. Okay, schnell ausweichen. Ja, wir machen nur ein Damage. Easy, good job. Weg damit. Let's go, good job, bro. Ja, man. Easy, erster Boss-Fall gekleert. Nice, schön. Gar kein Problem. Oh, man, man muss noch Kossier uns kliere. Bei so Magie, verbrauchen wir da so Mana? Ah, ja, okay, aber die zweite Leistung. Ja, okay, check. Weil ich weiß nicht, was mit deins macht, aber meins macht halt so Overtime-Damage. Das ist ganz cool, und kick die so weg. Meins, ähm, Stunt. Gucke. Oh, auch geil, auch geil. Ich kann die hier so reinfreezen. Mach mal. Oh, okay, check. Das ist cool. Wir ergänzen uns. Mein bester. Oh, da war ein dicker Sack. Krankes Game, mega abwechslungsreich. Bruder, wir sind 10 seconds in, Junge. Das Problem ist, dass ich bei so einem Game halt Feuer und Flamme bin. Ich weiß nicht, ob das viel über meine Art und Weise, was ich für Spiele spiele, irgendwie aussagt. Nein, Bro, so ein Game ist awesome. Das ist so ein richtiges mit Homies zocken, auf der Couch sitzen. Boah, Bro. Bestes, Bro. Fühle. Sowas habe ich auch so, sowas auf der PS2 früher, also mit 10. Ja, auf jeden. Oh, wir sind die Versage hier. Oh, beim Schlafen, ne? Kicken wir. Aufstehen. Ich kann dir auch ein bisschen Geld lassen, ne? Ich sammle das hier die ganze Zeit auch frech ein. Oh, Banan. Popchimp. Oh. Okay, das hat 10 Gold gebracht. Fick. Weißt du noch, wo wir dieses eine Game gespielt haben zu 2, Bro, wo das so wie Dark Souls war? Ähm, ja. Ich kann mich an den Stream sehr gut dran erinnern. Ich glaube, das war der schlimmste Stream für dich, den wir je zusammen gemacht haben. Ja, ich glaube, boah, ja, anderes Thema. Das war... Ich weiß noch, ich habe mich damals sehr viel gemutet, was ich, glaube ich, abgefuckt hatte, weil ich die ganze Zeit in meinem Chat versucht habe, besser zu sein als du, damit ich dich vom Gegenteil überzeugen kann, dass ich das gut kann. Du hast gerauben ab, Bro. Du auch. Aber ist nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm. Du bist trotzdem nett. All right, Rainer. Oh, ist das vielleicht noch mal Bossfight? Ist auf jeden Fall ein Weiterslängermus-Level. Ist das geworden? Meinst du, es wird auch wieder so ein Game sein, dass wir das jetzt spielen und dann sieht man das bald eventuell bei jedem? Maybe. Wobei, schwierig bei dem. Oh. Ich glaube, bei dem Game nicht. Oh, meiner. Cherry, Cherry, Lady. Bringt das Obst auch Geld? Ey. Moin, moin. Bossfight aus. Das sieht mir noch... Oh, da sind die Chayas. Ich glaube, das ist ein normaler Gegner. Der wird nicht stark sein. Oh. Oh, der ist irre. Oh, Kevin. Schnapp ihn dir. Ich hau ihm erstmal einen Attacker rein. Okay. Easy. Holy Shit. Dicker, der Typ ist sehr groß. Dafür erstmal Matt. Respekt. Bruder, der hat mir einfach eine Backreife gegeben. Was ist mit dem? Dicker, noch eine. Ey, ich glaube, einer von uns, Basti, muss den kiten und der andere muss ihn fighten. Ja. Also, checkst du? Einer muss hinter ihm sein. Aua. Ey, ich bin da auch nicht, bin da auch nicht. Ich bin da auch nicht. Ich habe mich. Was ist Y? Ich kann nicht retten. Achso. Kein Ding, Bro. Ich bin fast wieder down, Bro. Warte, ich habe den Bogen. Ich brauche es bei mir. Easy. Schön, dranbleiben. Darbleiben. Ey, eine Backreife, wir sind beide down, ne? Wir dürfen nicht auf derselben Seite stehen. Okay, du bist down? Ich brauche deine Hilfe. Ja, ja, ich kann die kostenlos hier. Oh, nein. Und jetzt komme ich zu dir. Easy, easy, easy. Wir brauchen mehr Heiltränke. Hab dich, hab dich. Danke dir, mein Bester. Beide down. Okay, aber, aber, man muss es positiv sehen. Wir können jetzt skillen. Zeig mal, was gibt es? Dort oben, Stärke, dann Magie, Agilität. Gesundheit, Verteidigung. Ich weiß nicht, was... Ich glaube, Schaden, ganz normal, Nahkampfschaden ist das zumalte, oder? Ich meine, wollen wir vielleicht verschieden skillen, damit wir uns ergänzen? Nö. Okay. Okay, ja, stimmt. Bei Magie schalten wir neue Kräfte frei, glaube ich, auf diesen markierten Dingern da. Boah, ich finde es voll schwer. Ich muss jetzt hier überlegen, gerade. Du hast alles in Stärke reingeballert, ne? Digga, aber der Boss ist schwer. Das ist geil. Der war echt hart. Ich liebe es, wenn wir einen schwer anfangen. Ich liebe das, wirklich. Das ist das Beste. Ich hasse es, wenn man so ein Game zockt und man erstmal die ersten zwei Stunden ist so voll easy. Ich mache den Takt, ich mache den Schlauen. Ja, wobei, nein. Was machst du Magie? Ich mache Magie. Ich mache keine Verteidigung. Das Ding ist, du bist halt Eis-Magier. Ich weiß nicht, ob Eis-Attacken jetzt so mega krass sind. Okay. 2-3, Bro. Diesmal mit full HP. Bist du ready? Ich bin so ready. Alright. Wir werden die Ladies retten. Wir hätten auch nochmal kurz zum Shop gehen können, meinte Chat. Oh. Der Eger. Alright. Ich drücke ihm jetzt mal direkt in die Attacke rein. Okay, der kriegt keine Magie. Super. Wie soll man das, wie soll man das dodgeln? 29. Ey, lass ihn, pass auf, hingehen. Okay, das ist auch krass. Ich glaube, viel hinter ihm sein ist die Wave. Nice. Hab ich mit der Höhe, immer hoch und runter gehen. Nice, schön. Keiner hat die Backfahrt gecatcht. Nice. Komm. Keiner hat die Backfahrt gecatcht. Huge. Ich gehe zurück. Nice, ehrlich getroffen. Ich mache den kleinen hier. Ja, Backfahrt passiert. Auf save. Er ist bei 50 HP. Also, Prozent. Schön, Junge. Kriegen wir hin. Naja, easy. Ich, ich sposte mit ihm weiter. Ist zwar mega low, aber juck. Nein, lass die Ladies. Wo kommen diese, wo kommen diese Anime-Geräusche her? Hast du noch einen Tab offen? Pull die Banane für hier. Ich weiß auch, wo ich dir viel nackt habe. Wir haben insane Damage, aber. Oh, der Big Damage, Big Damage, Big Damage, Big Damage. Er trinkt Bier. Er trinkt, er trinkt Pisse. Achso, ja, oder das? Dicker. Komm, drauf, drauf, drauf. Halt drauf, halt drauf. Easy. Jawohl. Easy. Good job, Bro. Bro, sehr gut. Aber wir müssen dein Bier fast kaputt machen. Ah, ne. Oha. Oha. Was? Junge, holy shit. Oh mein Gott. Okay, jetzt verstehe ich die krassen Preise. Digger, wir sind rich, official. Bro, du bist rich, ich bin arm. Was geht ab, Lady? Ich rette dich. Hi. Bro, die Musik. Was ist mit der, können wir die irgendwie mitnehmen? Digga, du... Das ist meine. Danke dir. Doppelkorn, danke dir auch. Oh, stimmt. Was geht jetzt ab, neuer Charakter vergeschaltet? Bro, Kevin, du hast mich gerade umgebracht. Ja, für eine Lady. Ey, warte, wir gehen kurz zurück zum Shop. Okay? Ja. Windows Shop. Oh. Oh, was ist das? Kompass? Wollen wir hier rein? Ja. Boah. Bro, was heißt, was heißt diese Eins? Naja, die, also Stärke, Defensive, Agilität ist der Hase. Nene, das sind die Stats der Waffen, oder? Wir sind in einem Frosch. Also, ich glaube, das ist der Preis. Der Preis ist Eins. Eins was? Birnen? Also, ich kann auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall das Ding nehmen. Ich würde mal die Saks hier picken. Man kann hier alles nehmen, ne, was man will. Ja, ja, wir können alles nehmen. Oder? Oder warte, soll ich das Katana hier mal nehmen? Ich weiß nicht. Dieses Level braucht dann Char, damit er die Waffe tragen kann. Okay. Achso, wolltest du die Waffe nehmen, oder willst du nochmal zurück? Ja, also ich hätte sie jetzt genommen, aber ich hätte sie jetzt auch nochmal angeguckt. Aber ist okay, ist okay, wir können gehen. Moin, Meister. Was ist das für ein Envy? Ist das ein Chipped oder ein Damaged? Fühlst du mich cool? Sag mal, du findest mich cool, oder? Oh. Würdest du selber von dir sagen, du bist cool? Ich finde, es ist keine coole Eigenschaft. Also, wenn du cool sein möchtest, dann sagst du nicht, dass du selber cool bist. Warte, wo bist du hingegangen, dass wir jetzt hier bei der Alten sind? In dem Holzschuppen. Ich glaube, hier ist irgendwie unsere Rüstung oder so. Hier ist auch nichts. Okay, da ist irgendwie so ein Goldschuss. Kannst du das auch machen? Nein, nein, safe. Wir müssen nur noch ein bisschen draufhauen, Basti. Gleich geht's auf. Ja, stimmt. Du hast recht. Stück noch, Stück noch. Ja. Warte, ich mach mal. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Ich mach auch ein paar da Attacken drauf. Was ist, wenn wir hier rechts vorbeigehen? Auch nichts, oder? Nee. Okay, dann müssen wir, glaube ich, raus aus dem Level. Ja. Ja. Okay, dann. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Basti. Entweder wir gehen hoch zum Waldeingang oder wir gehen nach rechts zum Dock. Da können wir auf irgendein Schiff danach. Boah, das Schiff würde mich interessieren, was da vielleicht ist. Ich glaube, nach oben hin gibt es mehr. Okay, dann gehen wir erst mal hier hin. Oh. Boah, die Rekliquen, bevor wir Säge setzen können. Ah, okay, okay. Kompass haben wir schon. Das ist dieser Kompass, den wir gefunden haben. Okay, okay. Ja, geil. Easy. Okay, Leute. Wir besorgen euch euren Stuff. Okay, also müssen wir, was müssen wir finden? So ein Fernglas? Fernglas. Oh, gell? Ja, nimm dir Kevin. Ja, wir sind er. Neue Kombo. Oh, Y. Der X, Y ist ja richtig scheiße zu drücken. Oha, der Snipe. Digga, was ist für ein Reiter, hier kann ich das Reiten? Warte mal, ich sitze auf dem Ding drauf. Oh mein, Bruder, wir haben ein neues Reitier. Geil. Hey, Chef, das ist Musik von Girmetry Dash. Oh. Boah, das Ding ist OP, Junge. Ey, hier ist ein so großer, der schmeißt uns hier rum. Ja, ich freeze den die ganze Zeit. Ich bin da von einem Reiter-Versager. Digga, dieses Reitier ist so broken, holy shit. Okay, der Dino-Cry. Chat, überhaupt nicht Dino-Cry schreiben, dieser Dino macht das freiwillig, der hat Spaß bei der Arbeit. Lass mal ganz kurz, ich will mal, lässt du mir auch mal Geld übrig? Klar. Warte, ganz kurz, hier ist ein Bogen, den habe ich eingesammelt. Ich würde mal ganz gerne sprinten und Y-König. X muss man drücken. Digga, dieser Dino sieht so freundlich aus. Hallo. Hallo. Soll ich ein X oder Y beim Sprinten? Länger laufendes Sprint. Ah, doch, guck mal, jetzt, guck mal. Dann ist so ein Stich. Ey, Basti, du musst auch mal gleich den Dino reiten, der ist perfekt. Alright. Digga, der ist so OP, holy shit. Guck mal, ich kann einfach durchrennen. Ich mach dich doch. Hierhin ist sowas, hierhin ist sowas. Besuch mich für Tierinfos. Okay. Oh. Ja, gerne. Du hast ein Tier, das bringt dir mal, äh, das bringt dir Obst. Oh, das kann sein. Oh nein, guck mal hier, der Pinguin, Bro. Ja, das meine ich doch. Voll süß, der ist voll cute. Wir nennen ihn Pingu. Ja, Mann. Oh, besuch mich für Waffeninfos. Ich hab eine neue Waffe. Da bist du auch Gold ein, Bro. Ja. Oh nein, hier schon wieder die Giants. Was machen wir denn jedes Mal? Ey, der Dinos weg. Bro, die Musik. Alles getan, ich hab ihn gesehen. Krass, Digga, Adler Auge. Krass, was ihr wirklich krass, was ihr gesehen habt, Mann. Hätts ihn ohne mich nicht gesehen. Das ist übertrieben, übertrieben, nice. Geometry, geometry, dash. Durch dieses Spiel hab ich gelernt, mehr Obst zu essen. Yeah. Ich hab wieder eine Waffe freigeschaltet, kurz passiert. Sehr gut. Ey, wir müssen immer zuerst die Bogenschützen wegballern. Die Bogenschützen sind die ekligsten. Ja, die facken mich so ab, Alter. Ich glaub, alle von denen sind Bogenschützen. Wir haben alle Bogen. Ja, du hast recht. Mein Eis hat leider keinen so super krassen Radius. Das ist ein bisschen nervig. Ja, meiner Attacke auch leider nicht. Das war schwer zu treffen. Digga, es gibt wirklich einen Spot unter meinem PC. Da connectet der Controller mit Bluetooth. Oh, ich mein, ey, passi, passi, passi. Nicht sterben. Jo. Jo, perfekt. Da befinden wir uns wieder im Menü, Digga. Jo, aber dann können wir erstmal skillen. Skillen. Boah, also wir kriegen schon echt viel Damage. Ich überlege fast, ob es vielleicht worse sein könnte. Nein, Digga, mein Controller ist connectet. Macht schon Bock zuzuschauen? Ey, vor allem ja auch zu spielen. Es... Oh mein Gott, es geht. Oh mein Gott. Es ist dein Traum. Okay, du bist dran. Ich werde, glaube ich, doppelt Magie, weil ich dann auf diesem neuen blauen Strich bin. Ich glaube, da habe ich... Ja, 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 hundertprozentig, hundertprozentig. Okay, du hast einen neuen Zauber. RT und B. Ich bin gespannt. Dann, äh, die machen wir hier weiter, ne? Ja. So, jetzt scheiß mit dem Geld. Scheiß mal auf das Real-Thema, please, Leute. Schlagen, schlagen. Oh mein Gott. Nur AMB. Oh, oh, das ist sick. Ey, war Damage. Ich glaube, das Problem war, dass der Play-Z-Controller leer war, Bruder. Deswegen ist der mal ausgegangen. Der hier ist aber voll. Hier sind Batterien drin. Bro, ich gehe ein bisschen auf Abstand. Ich habe mir nach dem Stream direkt einen Xbox-Controller bestellt. Mach wirklich, Kevin. Mach aber direkt mit so... Versprochen, versprochen. Mit so einem Bluetooth-Stick. Den habe ich auch dazu. Das ist über nice dann. Ja, ja. Ich glaube, es gibt direkt von Xbox so einen für PC, oder? Ja, genau. Habe ich, habe ich, habe ich. Den... Alright, warte jetzt. Ey, meine Pfeile machen auch mies Schaden, ne? Das ist übertrainend. Diese Eis-Pfeile? Ja, 10er Damage, Mann, die. Du machst eh... Also, du machst ja eh wahrscheinlich mehr Damage als ich, ne? Ja, ich steal die ganze Damage, Bro. Aber die, irgendwie diese... Aber die Friesen halt auch nochmal dazu. Das ist so gut. Wenn ich nach links laufe, bin ich mega langsam. Nach rechts auch wie schnell. Hä? Ist das bei dir auch so? Äh... Eigentlich nicht. Oh, nein. Ich glaube, die Dead Zone ist falsch eingestellt. Oh, Gott. Okay, ich tapp kurz raus. Müsste easy fix sein. Right? Easy. Ich habe den Kunden. Auf geht's. Brandneuen, äh, Cyberpunk-Xbox-Wireless-Controller. Nicht ausgepackt. Oh, mein fucking God. Let's go. Wir haben unseren Spielstab noch, Basti. Geil. Das heißt, wir können auch immer wieder halt wieder geil-oh weiterzocken. Oh, dicker. Holy shit, we did it. Bro, das Game ist echt cool, ne? Ja, das Game is nice. Nur meine Controller-Settings ist es nicht. Kevin, du bootest nicht über die HDD, oder? Du hast eine SSD für dein Betriebssystem. Bannen bitte den Typen, der das geschrieben hat. Ihr habt das ja auch mitbekommen. Ich dachte... Junge, als wären wir hier bei Trimix auf dem Channel. Jungs, ja, und ich kann auch meine eigenen Szenen anrichten. Was soll denn die Scheiße? Nee, weil ich eigentlich mal Probleme habe mit einem Controller, Junge. Die Leute tun so, als würde ich irgendwie über, weiß ich nicht, Windows XP-Stream-Alter und mit einer HDD aus 2005. Ich habe nur eine HDD für meine Worts. Ja, das ist doch voll... Also, das finde ich ja wirklich legitim. Ja, warum soll ich doch was anderes benutzen? Das ist viel günstiger. SSDs sind aber nicht mehr so teuer wie früher. Also, ich weiß auch noch, dass SSDs früher so krass teuer waren, aber mittlerweile... Das hätte 100 Euro mehr gekostet. Ich brauche halt ungefähr so eine 8TB oder so Festplatte. Bro, du bist Multimillionär. Junge, was für ein Multimillionär. Nervt man nicht. Guck mal, jetzt kann ich aber wenigstens nochmal den Dino reiten. Guck mal, wie glücklich er ist. Der freut sich richtig. Würdest du nicht eher sagen, dass das ein Krokodil ist? Nein, Dino, ganz klar. Der hat einen Schwanz und Füße, Bro. Oh, Krokodil? Das muss auch gerade geil gewesen sein für meine Freundin. Die chillt da so auf der Couch oder hört irgendwas bei Netflix. Bei der Rockmusik währenddessen. Und ich komme da rein, Junge, und sage so, ey, du musst mir helfen. Wir müssen kurz alle Umzugskartons, die wir hierher stehen haben, durchsuchen nach einem X-Bus-Controller. Aber sie wusste direkt, wo zu gucken ist, Bro. Wir haben es direkt gefunden. Das war stark. Ey, das ist viel mehr EP als ich. Weil ich die ganze Zeit immer nur... Aber ich finde, ich bin jetzt eigentlich ein bisschen der Fernkämpfer geworden, weil ich nur noch meinen Skill mache. Ja, weil ich hier den meisten Stuff mache. Deswegen kriege ich mehr XP. Achso. Weil du einen besseren Controller hast. Jo. Ich habe doch nicht so ganz verstanden, wie wir Heiltränke benutzen. Ich glaube, R1 und dann das Item halt. Also dann B. Also haben wir mehr als ein Item dabei? Ich weiß es nicht so ganz. Ey, Basti, kann ich dir mal demnächst eine Combo zeigen an Knives, die ich mir kaufen wollte und du sagst mir, ob du die cool findest? Sehr gerne. Ich war früher echt gut drin, ne? Ja? Was hast du für... Hast du ein Knives gehabt? Nee, ich kannte mich gut aus mit Skins, meine ich. Ich hatte früher... Boah, ich habe Flip gerne gespielt. Ich hatte eine Phase-Vier-Doppler. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles hatte. Ich sterbe gleich, Bro. Ich bin tot. Beide. Oh, no. Aber das Gute ist, wir können das Level nochmal machen. Ich finde das crazy. Obwohl ich sagen muss, ich war es früher sehr enjoyed, aber ich habe da auch noch nicht so die Weizsicht gehabt früher, dass das so ein Glücksspiel ist. Weißt du, ich war so 19 Jahre alt. Oh, geil, neue Waffe, Basti? Ja, ganz kurz. Oh, noch Head-Amage, sick. Wenn du im Sprint nach oben drückst, dann mache ich eine Rolle. Wow. Haltest du es wieder ab, ich lutsche. Oh mein Gott, guck mal, wie viele ich jetzt mache. Ich mache zwei gleichzeitig. Ja, genau. Oh, Bombi, töten. Nein, Bro, das ist wieder ein Pad. In jedem Level gibt es, glaube ich, ein... Pad. Dann gehen wir mal weiter vom Ding. Oh, das ist meiner. Boah, zu mir schnell. Oh, zu mir schnell. Oh, guck mal, wenn ich jetzt Sprinte, ich kann so eine Rolle machen. Hast du es gerade gesehen? Hier sind so ein paar Arzen, was ich mal umbringen. Die sind ein bisschen abgecrackt aus, die Kollegen hier. Blutzuck auf... Jemand meinte gerade, dass ich ein Estee-Streamer bin, weil ich mir immer wieder was Neues einfallen lasse, um Bonus zu baiten, Bro. Digga. Ja, ist auch ein Skill. Auf... Du brauchst AP. Oh, geh denn du dir, oder? Ja, damit bin ich nur schneller. Was hat... Ah, nee, warte mal. Ah, was habe ich denn hier? Was bringt der? Ja, hä? Warum soll ich den benutzen? Ist einfach ein Stock. Ja, okay. Nimm. Plus eins, Agi. Hä? Guck mal, ich habe noch einen neu gefunden. Hier hinter. Oh, eine Keule. Tausch mal, dann sehen wir die Stats. Genau. Ja. Ja. Da ist es für Magic. Da ist ein plus eins Magic, Bro. Ist gut für dich, oder? Ja, komm, dann nehme ich. Wenn du die ganze Zeit das Stuff mit Magic machst. Ich glaube, wir sind gleich wieder bei BossFab, by the way. Oh mein Gott. Holy shit, wer ist der? Er ist shredded. Oh, Bro. Warum scheißen sich alle Tiere so ein, Digga? Weil wir Angst machen. Oh, gell? Der... Da hast du dir gerade alle genommen. Nee, da. Der eine hat auch noch einen gekriegt. Schön. Warte, würdest du sagen, dass es normal ist, wenn man im Hotel ist, dass man der Shampoo mitnimmt, was in der Dusche steht? Ja, also Shampoo kann man schon mitnehmen, finde ich. Also das wird ja eh ausgetaucht, also wird ja eh wieder aufgefüllt. Ja, und würdest du auch sagen, es ist normal, dass man hingeht und wenn jetzt auf dem Flur der Wagen steht, wo das jetzt quasi für die anderen Zimmer draufsteht, dass man sich dann auch nochmal eine Handvoll mitnimmt? Nee, das fände ich jetzt nicht mehr so. Nicht okay, okay, gut. Ja, nee, alles klar. Rätschmann hat das mal gemacht. Rätschmann hat mich besucht in einem Hotelzimmer. Alter, plus drei Agilität, guck mal. Ja, nimm das mit, das ist krass. Nee, ich will auf Magic bleiben, aber wie schnell bist denn du damit? Schon schnell. Wann möchte ich lieber das hier? Nee, das... Das ist oben? Nee. Ich würde das eher nehmen, weil ich brauche mehr... Nimm du das, Agi. Aber das hier ist bloß ein Stärker, das finde ich eigentlich geiler. Ich glaube, wir schalten die E frei, wenn wir die einmal haben, das heißt, wir verlieren die nicht. Nee, Rätschmann hat auch mal, als er mich besucht hat in einem Hotelzimmer, weil wir Vollkreis aufgenommen haben, auf dem Weg. Auf dem Weg dahin, sich zwei Croissants genommen, die vor so einer Hoteltür standen. Oh, Boss5? Ja? Hat er sich einfach gemobst, weil er dachte, dass er Hunger hat und dann hat er sich die einfach genommen und auf dem Rückweg hat er sich nochmal zwei genommen. Aber er meinte, es sah so aus, als wären die schon fertig gewesen mit Essen. Deswegen ist es okay, weil es sonst eh weggebrochen werden würde. Ja, safe. Weil er quasi was Gutes getan hat. Wenn du mir Obst lassen könntest, wäre ganz nah. Wir müssen auf ihn drauf gehen. Bro, ich schieße die ganze Zeit aus Entfernung. Ich glaube, wenn wir damage machen, dann sport der neue. Ich schieße das Entfernung mal auf ihn drauf. Ja, du sponsern immer neue damit, oder? Ach so. Oder wollen wir auf die kleinen Scheiße und einfach nur full auf ihn drauf. Ja, 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 lass auf ihn drauf, Bro. Wir machen gut damage. Digga, oh mein Gott. Junge, easy. Let's go. Big cash. Was geht jetzt ab? Oh, das ist wieder Bamm. Die Tiere. Wow. Oh. Lass die Tiere des Waldes. Oh shit, oh shit. Jetzt ist es real boss fight. Oh mein. Weg, 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 weg. Oh, ha. Okay, reit, Junge. Reit, drei, 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 drei. Oh, muss man springen. Du bist so. Null. Ich glaube, er wird schneller. Nein, nein, ich bin da. Oh. Oh nein. Digga, das ist ultra schwer. Alter, das ist richtig schwer. Holy shit. Alter, das ist übel schwer. Okay, ich gehe voll stärker rein, Bro. Ich gehe nochmal in Stärke rein. Ey, das Kame ist aber geil. Ich finde es ultra. Ich finde es ultra. Ich dachte am Anfang vielleicht ein bisschen eintönig, whatever, aber das ist geil, Digga, das mit dem Bossfighter und so, finde ich nice. Ich finde es richtig, richtig geil. Ey, warst du zu leise? Sag mal was? Hey, yo, ich rede. Ich bin ein kleiner, blauer Kämpfer. Ey, Tee, bist du leise, aber ich mache gleich. Okay, lass try Han jetzt. Lass hier, warte mal, wie? Ich gehe mal hier so hin, Bro. Ich glaube, hier ist gut. Ich glaube, du darfst dich nur nicht von ihm treffen lassen, aber dann sonst kannst du auch hier chillen. Dann hast du ein bisschen mehr Rage-Chief. Ja, true, ich habe jetzt so gedacht, weil seine Hände jetzt schon bei mir so sind, weißt du, dass ich... Ja, ja, dachte ich auch, dachte ich auch, aber der macht nix. Lass nur nicht seinen komischen Mund berühren. Schön, 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 kling, kling, kling. Die Tiere des Waldes. Oder so Rehe sind echt süß, Mann. Diesen richtig cute. Ich finde es aber teilweise echt schwer einzuschätzen, wo die Tür ist. No, no, das ist echt schwer. Aber du siehst da so Licht unten. Dann kannst du das machen. Ah, okay. Check-sum? Ja, ja, ja. Na, moin. Okay. Müssen wir ihn irgendwie angreifen oder so? Irgendwann muss es doch zu Ende sein. Oh, wir haben es, wir haben es. Juhu. Easy. Achso, Bro. Ja, ich habe weniger Defense geskillt. Ah. Kannst du dich aufhieren? Nimm dir mal ein bisschen Obst. Ja, das machen auch ein paar für mich übrig, wenn es geht, auf Korrekt. Ja, ja, so wie mit dem Geld. Du hast doppelt so viel Kohle wie ich. Oh, du darfst übrigens nicht... Ich bin tot. Du darfst übrigens nicht die Steine berühren. Hab ich spontan rausgefunden. Oh. Sorry. Digga. Wow. Siehst du mich gerade? Äh, ja. Guck mal, ich kann auf den Hai reiten. Frag mal Basti, ob und wann er sich zeigt, Digga. Komm, sag Basti, wann. Oh, ja, ich weiß noch nicht. Das Ding ist halt, ich werde so oft gefragt als Abonnentenspecial, ne? Jo, bei zwei Millionen Abonnenten dann. So dann, wenn du die meiste Reichweite denn je hast, so dann hab ich richtig Bock, dann auf Privatsphäre das Recht zu scheißen. Meist du, du musst irgendwas anderes machen oder meinst du, du musst einfach nur 20 von diesen Atzen bashen? Ne. Schön, schön dranbleiben. Ich glaube, du hast es jetzt. Jetzt hast du es, jetzt hast du es. Es kommt zu lange nichts. Ja, Spaß. Achso. Was? Okay. Ey! Opa! Ja, Mann. Ja, mein Kollege ist tot. Ja, ja, der hat auch kein... Achso, ja. Achso, auf einmal noch Boss... Ey, Doc, ich wollte doch eigentlich nicht mehr zocken. Ich mach da ein bisschen Pause, Digga, du machst den Boss halt easy alleine. Ich mach ein Leben. Jürgen, ich hab sowieso, ich bin so im Rucksack, Bro. Es ist wie bei CSGO vorhin. Ey, was, ich soll dich fragen, welchen Käse du heute gegessen hast? Was von der Käse des Tages ist? Mann, Bro, seitdem, wirklich grüner Pesto-Käse wird immer noch gefragt, plus der Milram-Benjamin-Käse. Jeden Tag, wenn ich sage, ich esse es. Also, ich esse irgendwas dann immer. Ja, Milram-Benjamin-Käse? Seit diesem einem TikTok, wo das erraten wurde. Was ist der Benjamin-Käse? Bro, wo ich mal mein Brötchen reingehalten habe und ein Zuschauer den Käse erraten hat. Seitdem werde ich jeden Tag gefragt, ob ich den heute wieder esse. TikTok ist immer ein Blessing und irgendwie das Schlimmste, was je da war. Bruder, Basti, willst du dich kurz sterben lassen? Du baust 1000 Jahre, du machst null Damage. Digga, ich mach null Damage. Es ist unfassbar. Ja, ja, das bringt dich um, bringt dich um. Ja. Hä? Ich will mir in ihn rein einfach. Ja. Okay, ein, zwei Punchen, ist noch ein bisschen down. Oh mein Gott, die Psychose ist vorbei. Okay, jetzt Katzenfisch hier, ne? Ja. Okay, jetzt komm, wir legen den. Nee, Dicker, die Sche... Achso, okay, ich dachte, wir müssen die Scheiße jetzt nochmal machen. Alright, Kevin. Ich brauch... Ich brauch deine Power. Okay, die Kotze kaputt machen. Okay, hier, Big Damage. Wie viel Damage machst du? Vier? Vier. Das ist okay, ja. Aber der gibt mir auch jedes Mal einen Puncher. Ich bleib einfach in der Entfernung. Ich mach hier zwei mit meinem Dings. Ja, ich glaub, wenn er, ähm... Wenn wir dieses Ding, den Katzenknoll kaputt machen, dann kann er eine Kanone schießen. Ja. Ey, warum schon ist es so OP? Ich brauch unbedingt einen. Kommen wir einfach immer neue? Ich glaube schon, die kommen jetzt hier vorne wieder. Oh, ja, 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 hier ist einer. Oh, mein Gott, Traum. Okay, Katzenknoll kaputt machen. Ich mach's. Digga, warum? Ich mach wirklich... Du musst unbedingt ein Damage skillen auch. Oh, ja, ja, jetzt drauf, 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 drauf. Okay, wir machen aber langsam ein bisschen mehr Damage. Ja. Hol dir das Koko. Ja, schön. Mach's. Knoll kaputt. Jetzt kommt die Faust. Und weg. Okay, still dich. Er blutet, er blutet. Weg, der... Ja, 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 er ist jetzt verwundbar. Verwundbar auf die Zähne. Okay, okay. Wenn wir das Knoll kaputt machen und die Kanone trifft, dann... Dann machen wir triple Damage Pro. Ja. Was ist das jetzt? Okay. Knoll kommt. Schaufter. Okay, ich hab das Level abbekommen. Ich hab das Fuller. Stark. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Du kannst nicht hinten gerade. Du kannst, glaub ich, nur ausweichen. Oh, hier ist ein Neue, hier ist ein Neue. Ja. Knoll. Knoll down. Ey, wir müssen ihn, wir müssen ihn näher ans Boot baiten. Ja. Wenn ich die Kanone machen. Weil sonst trifft die Kanone nicht, you know? Nein. Ah, okay, ich wurde nicht getroffen. Safe. Entschuldigung, jetzt durch. Komm, wir safe einfach so. Ja. Ich hab's auf die Strap. Ja. Ich setz go. Let's, Bro. Was ein anstrengender Boss, ne? Boah, der war nervig, Junge. Der hat irgendwie was abgefuckt, Alter. Holy shit. Richtig. Boah. Boah, das ist wirklich spiel. Geben wir jetzt noch on top, oder wie ist? Scheint. Okay, ich hab zwei Skillpunkte. Ey, soll ich auch langsam mal so Lebensskill? Ich weiß nicht, Mann. Ey, du musst auf Death auch gehen, ja. Ich weiß nicht, Mann. Das Ding ist halt, dass ich mehr Schaden habe, bringt uns übelst viel gerade. Ja, das stimmt so. Ne, ich geh noch mehr auf Attack, meine ich. Ich hab das Gefühl, Angriff ist die beste Verteidigung. Boah. Yeah. Wiesengrund. Okay. Oh, jetzt ist hier irgendwie der Opa wieder? Das ist unser Anführer, glaub ich, ne? Ich glaub schon, ja. Sonst tote Eisbären? Oh, nein, das sind die Gegner von vorhin. Oh, die sind ja überloss. Boah, Alter, ich mach pro Schlag 14 Schaden, Junge. Okay, das ist echt brav. Das ist mehr als das Doppelte von deinem. Boah, das ist eigentlich richtig gut, oder? Ich glaub, das brauchen wir später übertrieben, wenn die Mops-Werker werden. Ich glaub, es war schon ganz gut, das so zu skillen. Kann man hier reingehen? Eisbär, Schweißbär, Preisbär. Ich weiß nicht, ich hab mir letztens ein Eisbär-Witz selber ausgedacht. Wissen hören? Was sehen wir? Wie heißt dein Eisbär, der gut zu Gulasch passt? Preiselbär. Okay, not bad. Sag ehrlich, du Krass. Ist okay, ja. Ist ein netter Wortwitz. Mach einen Track damit. Okay. Bro, du bist tot. Oh, oh, ich bin wund. Please, Reds. Komm, Junge. Ey, da killst du uns, killst du uns, killst du uns. Ich versteh den nicht. Naja, ich weiß nicht. Ich hab letztens so drüber nachgedacht, was ich donaten würde, wenn ich so ein Viewer wäre. Und dann dachte ich so irgendwie an Bären und dann hab ich an Reiselbären gedacht, weil sich an die Eisbären... Ah, der Nordroth ist wieder. Bist du gestorben? Ja, ich hab jetzt die ganze Zeit versucht, zu Red noch zu Dingsen. Ja, ich muss... Erelios, danke dir. Ich würd ich ein bisschen Deathskillen als dieses? Musst du wirklich, glaube ich. Du bist halt auf Null. Weil jetzt geht's halt rein. Guck mal, jetzt ist halt wieder Diss hier. Boss fight. Äh, ich bin echt tot. Wir müssen den Wirbelsturm anziehen killen. Ich bin sehr gleich tot. Ich bin down. Junge, die hitten übelst Damage rein. What the fuck? Bro, das ist auch echt schwer. Ach, das ist ein Boss fight. So, da schaffen wir ein Auto. Oh, level up. Huge. Jetzt war ich gerätzt. Jetzt sind wenig random mobs. Ich glaube, du kannst mich gar nicht mehr retten. Kann man sein. Nee, es kommt gar nicht mehr auf. Es bringt gar nicht mehr auf. Okay, du machst Boss fight alleine. Ich bin auf Toilette. Ja, okay, alles klar. Bro, es ist wirklich wie bei CS2 vorher nicht. Letztens du restreamst schon, wie ich Quiz spiele. Nee, ich schaff das niemals. Ich brauch mal ein bisschen Obst, Alter. Digga, das ist so viel Damage. Nee, niemals. No Chance. Ja gut, aber ich habe noch mal ein bisschen neue Skills hier. Cool. Ich glaube, ich sollte wieder weiter auf Magie gehen, oder? Was sagt ihr? Hey, mein Kollege. Was geht? Ich bin gestorben, aber ich kann wieder neue Skillen. Ich überlege, was ich jetzt mache. Ja, macht Damage, Bro. Du brauchst ohnehin mehr Schaden, oder? Ich glaube, ich gehe auch mal gehen. Oder kleinen Schritt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Yeah. Ich glaube, ich mache es so. Bro, wir hatten bei dem... Wollen wir noch mal machen, ja? Ja, auf jeden Fall. Oder was wir auch machen können, wir könnten halt auch weggehen, Bro. Und neue Waffe. Und, äh, ja, nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber das wir... Ja, wohl, ja, können wir auch mal machen. Ja, lass mal gucken. Oh, Minister, danke dir. Ähm, als wir dieses, äh, Kellogs-Ding gemacht haben, Bro, da hatten die Jungs so eine Box gemacht. Da hatten die Jungs so eine Box gemacht, wo man den Chat lesen konnte. Und das haben die Chatbox genannt. Aber Chat dachte, das mag es die ganze Zeit, Chatbox sagt zum Chat. Und haben dann immer so Chatbox-DNS geschrieben. Ja, nee, lass beide Waffen bleiben. Die sind schon gut, die wir haben. Wir können uns Heiltränke kaufen. Okay, hab ihn. Ich hab zwei. Alright, Kevin, ich brauche jetzt dich, ne? Ich brauche dich. Ey, Jungs, wir müssen ihn jetzt haben. Der Bossfight ist tricky. Wir müssen unsere Energie benutzen, um diesen Boss zu... Ja, wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir vor dem Bossfight... Der kommt ja nicht direkt, ne? Ja, jetzt... Du gehst da mit zwei... Ja, ich versuche, dir alles zu stunnen, was geht, aber... Ah, Chat-Shirt-Shirt ist hier automatisch, wenn wir low sind. Ich benutze ein bisschen mehr den Bogen. Lass mal... Wir machen mal ein bisschen so Range-Stuff. Okay, gut, Damage gerade. Nice, okay, die ersten Arten sind down. Dann bleiben. Ich bin so da. Okay, ist einer von denen der Boss? Also checkst du, wer der Boss ist von denen? Ja, der hat auch den Wirbelstunden immer wieder gemacht. Den musst du damagen. Stimmt, ich muss mehr den hier machen. Ihr habt recht, na klar. Ja, ich bin hier dran, Bro. Nee, wir sind auch nicht beim Boss. Anders dann gleich wieder besser benutzen. Ich habe irgend so eine Panda in den Kopf abgeschnitten. All right. Ja. Das macht dich full live, aber du könntest es auch später usen, aber ich glaube, es ist smart. Yeah, it's time. Lilo, stark dir. Denk dran, bevor du Bogen schießt, musst du wieder switchen, ne? Ja. Okay, wir ficken ihn jetzt. Let's go. Come on. Nein, ich habe nur hier dran gewastet. Oh mein Gott, ich habe misslegt. Oh mein Gott, ich habe misslegt. Oh mein Gott, ist das dumm. Wenn er nicht im Wirbelsturm ist, dann angreifen, ne? Ist der mit der Fahne, ne? Ja, ja, der jetzt im Wirbelsturm, der gleich, wenn er, ne, jetzt, jetzt angreifen. Ja, 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 ich gebe ihm Hit, ich gebe ihm Hit. Ich krieg ihm Hit, ich krieg ihm Hit. Schöner damit, schöner damit. Ey, soll ich jetzt schon neun benutzen? Neun hier, oh. Oh ja, ich muss, ich muss. Ja, mach mal. Okay, benutze ich automatisch. Ich hätte recht. Ne, was mache ich gerade? Okay, er hat ein Feuer Hit bekommen. Er ist schon wieder. Ja. Jetzt einfach nur ausreichend. Kleinen Atzen. Er ist wieder normal. Nein, ich esse das hier. Ich bin wieder full live. Sehr gut. Er ist 50 jetzt Spiel. Komm, komm. Na, ich pick damage, pick damage. Ich halte so ein bisschen die anderen auf Trab, ey. Oh, ich bin wieder abgekommen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Geil ist, wenn wir wieder abkommen, kriegen wir HP Reset. Sehr, sehr wichtiger. Sehr, sehr, sehr wichtiger Ubrank. Oh mein Gott. Wir müssen gleich haben. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Oder? Let's go. Wir haben ihn, wir haben ihn. Let's go. Easy. Virus, danke dir vielmals. Lula, danke dir auch. Boah, ich fand das voll schwer, jetzt gerade zu navigieren. Alright. Ah, dann schlägt sich so hoch. Aber ich muss, ich bin tot. Ähm. Ja, okay, okay, check. Ich probier's mal. Ja, ich glaub, ich bin auch tot. Alright, ich glaub, wir sind uns alle einig, ich muss gesund werden. Ja. Aber das andere ist wirklich oh, mega Quatsch. Wir können uns, also... Was für ein Wirbelstum, Bro? Wir haben den Besten schon. Joni, danke für den Satz. Oh, hier ist ein Diebesladen, Bro. Zwei Magic, Bro. Das ist krass. Den muss ich eigentlich nehmen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich würd mir auf jeden Fall nochmal ein paar von den Kollegen hier kaufen. Ich kauf einfach so viele wie geht. Fünf ist max. Hol dir auf und... Oh, hier gibt's Bomben. Äh? Nimm ich mal auch eine. Okay, wir brauchen die auf jeden Fall nicht benutzen. Das ist gut zu wissen. Okay, ich bin auch wieder full life. Okay, jetzt boss fight, right? Ja. Ja, man. Okay, was krass war, ich kann ihm... Mit meiner Feuerattacke kann ich ihn direkt halt so stunnen kurz. Und er kriegt halt noch extrem viel Damage. Yeah. Nice level up, huge. Ich hab halt dran benutzt. Ja, komm, schlag ihn tot. Wir finischen den Jungen. Nice, let's go, gute Arbeit. Big one. Oh my God. In die Küchen, genau. Wie, warte, ganz kurz. Wie ist der neue Skill? Also, was muss ich... X und Y oder was? X und Y, glaub ich. Einmal X und dann Y. Dann machst du diesen. Hier funktioniert wie ein Totem. Sebi, danke dir. Ne, das ist der Autopop. Oh my God, Junge, oha. Ne, das ist der automatisch, wenn du stirbst, einfach... Äh, dann automatisch boostet. Ach so, Acht, das heißt ja, wie so ein Minecraft-Totem. Ja. Oder natürlich, dass du dabei totem direkt an das denkst. Mann, was sonst? In meinem Kopf ist es totem wie in World of Warcraft. Ja, voll komisch, dass ich nicht an das WoW-Totem denke. Schön, Basti. Progress. Okay, hier waren wir vorne noch nicht. Ich habe 17 Kohle. Oh my fucking... Blocken, blocken, blocken. Ich glaube, da wo du bist, bist du schon ein guter Go. Kannst du drüber springen? Nein, schön. Ja, Mann. Ich habe das Gefühl, es erwartet gleich nochmal ein Big Boss Fight. Oh, Mann. Ey, das ist richtig geil, wenn du die so freest, kann ich da richtig geil schon rangehen. Ja, weil du schon Damage machst. Und die so abfeuern. Hat das jetzt eigentlich funktioniert automatisch wie ein Totem? Oder... Ich weiß nicht, ich bin da seitdem kein Damage genommen, einfach. Und bin jetzt wieder Half-Life. Schön. Oh, hier geht's hoch, Basti. Boss. Oh, das ist eine Tatze, ich glaube, hier ist Boss Fight. Mann, kann W. Oh, die Girls. Oh, wer ist R? Wo ist die R? Okay, ich glaube, die müssen in welche Zeiten. Die Jungs waren easy. Ja, 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 oh. Wird sie noch killen? Okay, lass einfach rein. Ja. Okay, dann machen wir's mal. Lass einfach weiterlaufen, ich glaube, von denen kommt, oder? Ja, wir brauchen aber alle skill-punkte. Oh, Level up. Let's go. Sehr gut. Fuck jam. Ich finde das Game richtig, ich habe so ein Spiel halt noch nie so richtig gespielt. Also, lange, lange her und ich finde das ultra geil, irgendwie. Ja, ich finde das auch. Weil das ist tatsächlich ein bisschen challenging, das ist tatsächlich nicht so easy. Das auch, aber auch simpel, es gibt halt so vier Skill-Attribute und jetzt ist so ein 16er-Skill-Baum. Ja, voll, Digga. Ich muss unbedingt mal G-Skillen, Bruder, weil mich nervt, dass ich nur eine Attacke habe. Ja. Wie machst du, wie hast du zwei Attacken? Hast du da eine R und dann zum Beispiel den kleinen Angriff der Attacke, oder wie? Genau, ich habe, wenn ich RT hinten drücke, also R2 und dann Dreieck mache ich den und Kreis ist das hier. Also, dass ich den Schuss mache. Ich glaube, aber wir kriegen das hin. Und ich glaube, es wäre gut konntet. Ja. Oh, shit, wer ist er? Der ist dick, Bro. Ich kann ihn auf jeden Fall nicht attacken. Er scheißt. Oh, der kriegt übelst Damage, holy shit. Easy spot of life. Trust me, der ist easy, Buffy. Ähm. Alright. Okay, das ist nicht von der Scheiße treffen, ich glaube. Potion kommt von alleine, by the way. Ja. Okay, der Schlicker macht gut Damage. Ich habe jetzt schon wieder eine Potion reingedrückt, ne? Ich habe so viel Damage kassiert. Warum scheißen alle in diesem Game? Oh, mein. Ich bin gepäusent. Oh, nein, ich bin in die Scheiße reingelaufen. Ah, ich bin nochmal in die Scheiße rein. Du darfst dich in die Scheiße reinlaufen, Bro. Oh, und den Schlecker, den muss ich auch nicht nehmen. Der ist krass OP. Schönen, schön drauf. Der Poison, aber ich glaube, wir kriegen ihn einfach rein. Ich bin legit 1HP, Bruder. Letzte Potion habe ich. Oh, er hat mich, er hat mich, ja auch hier, wo ich den Tod und mein, äh, Minecraft hat recht, würde ich sagen. Minecraft hat immer recht. Come on! Easiest Bossfight on Earth. Bro. Oh, das kümmern wir jetzt unser Freund. Ja, man. Okay, was kommt jetzt? Oh, mein. Oh, big. Nice, GG. Boah, du hast ja viel mehr Geld eingesammelt als ich. Ja, ein bisschen. Als Fernkämpfer unterstütze. Alright, Freunde, was machen wir? Gehe ich hier rein? Für Magie, für einen neuen Spell oder für mehr Verteidigung? Ich verreck halt die ganze Zeit. Ich glaube, du brauchst... Oder ich habe noch mehr Damage. Oder unten halt Tempo und mehr Heal. Also, ne, mehr Leben wäre doch krass. Wie Tempo? Ne, das ist Tempo und Bogenschießen. Achso, never mind. Ja, ich mache Defense ein bisschen. Doch nicht verkehrt. Du solltest vielleicht Magie noch zweimal machen. Dann hast du fast schon einen neuen Spell, oder? Ja, ich glaube, dass... Ich gehe mal... Oder du gehst auch... Du hast auch zwei in Death rein. Könnte auch nicht verkehrt sein, Bro. Ich glaube, ich mache es so. Und dann beim nächsten Mal, wenn ich zwei habe, dann hole ich mir den Skill. Ja, 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 ja. Okay, was haben wir hier? Wir haben einmal Industrielles Schloss. Und hier haben wir Blumenfeld. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Ja, Mann. Oh, nein. Was mit ihm passiert, Bro? Oh! Oh, hum! Hey, lass die Lady in Ruhe! Du bist nicht muskulös genug, um diese Tür aufzumachen. Naja, dann muss ich noch warten. Juckt. All right. Wir pullen hier mit der ganzen Crew. Ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert irgendwas krasses. Oh mein Gott. Und die Bienen. Die sehen aus wie die größten Loser. Warum haben wir diese Kollegen, die uns helfen? Das würden wir doch alles irgendwie selber hinbekommen. Ich glaube, das ist nicht alles. Ich glaube, da kommt gleich noch irgendwas krasses. Ich sehe schon auf jeden Fall so eine Riesen-Wespe, Alter. Ja, ich sehe auch so eine Riesen-Wespe. Oder Wespe. Oh, warte mal, können wir uns das Pferd von den Joinken hier? Ja, nice. Aber jetzt kommen wir auch so Krieger, Bro. Digga, hier gehe ich gar nicht mit Sinn und Verstand rein. Ich spamme meine Hände. Einfach draufhalten, Bro. Können du dir die Kirschen, genau. Für HP. Wir haben Level 1 Waffen und ihr seid in einem Level 5 oder 7 Biom. Äh, ja, aber was sollen wir machen, Bro? Wir haben noch keine neuen Waffen bekommen, Chad. Außerdem brauchen wir auch keine neuen Waffen. Wow. Oh, wir müssen uns hier reinsetzen, Bro. In Skaterpult. Ach du Scheiße, meins hat nicht gereicht. Ähm. Du musst noch, du musst noch? Ja. Schön. Gut. Alright, Jungs. Im Lager gibt es neue, aber haben wir eigentlich schon gecoutert, aber wir können nochmal gucken. Junge, die sind ja so scheiße, die Kassier komplett. Ich kann es hier sogar gut damage, ja. Weil ich hier überhaupt nicht auf Range spielen kann. Egal, ich haue hier einfach nur drauf. Wie so ein Hund. Wir sind gerade voll OP, weil wir halt so neun Leute sind. Ey, nehm du die Bananen, oder? Ja, ich hab mehr Leben als du. Ich brauch Bananen. Okay, das hat null gebracht. Digga, das hat dich so wenig gehalten, holy shit. Aber du hast legit 1 mm dazu bekommen. Ey, yo, es braucht so deine Leistung zu gucken. Danke. Ich bin tot. Na ja, nicht schlimm, nicht schlimm. Ich hab dich, Bruder. Ich hab dich, ich hab dich. Ich danke dir. Bist wieder da? Easy, easy, easy. Ich muss halt direkt nach hinten, damit ich ein bisschen so einfach meinen Skills spammen kann. Ey, wenn du jemanden wieder willst, musst du einfach spammen, glaub ich. Nicht im Rhythmus drücken, einfach nur spammen. Oh, ich dachte immer, es ist Rhythmus. Naja, ich dachte auch. Oh, oh, Job Run. Na, Moment. Junge, oha, auf einmal Star Wars. Was geht jetzt ab? Laserschwert auf einmal. Ich kann jetzt schön reinstern. Ey, du kannst keine Magie auf dem machen, Bro. Doch, doch, ich konnte gerade. Gucke, ich kann ihn freezen. Boah, krass, stimmt. Boah, das ist übelst OP bei den großen Bro. Bei diesen richtigen OP. Schön. Good job, jetzt. Ich hab Angst. Ja, ich glaub auch Boss heute jetzt. Okay. Oh. Hallo, schöne Dame. Wer sind die Hochzeitscrasher? Ha, wurden wir bestellt? Digga, bei dem Wort Hochzeitscrasher muss ich an diesen Song von Justin denken, den du ziemlich wahrscheinlich nicht kennst. Aber vielleicht der ein oder andere aus dem Chef wird kennst. Ich glaub, der Reim darauf war Off-White-Sweater. True, er hat mal nen Track gemacht, ne? Ja, ja, ja. Aber nur einen. Bro, fun fact, ich hatte den in der Playlist, Bro. Aber er hat den irgendwann removed. Der meint mein, äh, mein Eisdings macht 20 Damage, nur mein Schlag 6. Ich hab eine Leim war, eine Leim war auch. Kumpst du mir nur ein Haar, steht morgen ein paar Albaner in der Einfahrt. So geil. Ey, wie nehmen wir die? Ah, okay, wir schlagen. Und hier gibt's auch Essen. Ja, oh mein Gott. Ah, lol. Ja, wir können das einfach... Ey, Bro, hier ist Bossfight. Die geben uns nicht for free essen. Ey, hol du dir alles, hol du dir alles. Du brauchst mehr. Danke dir. Ey, nimm dir das Chicken Nugget da. Ey, das bringt richtig viel XP. Okay, ähm, dann gönne ich mir dieses komische Eier, diesen Kackhaufen hier. Ja, das ist ein Keks, glaube ich. Jo, alright, weiter geht's. Jetzt kommt Bossfight. 100 Prozent. Der sollst du uns... Oh. Okay, naja, mein Damage ist wirklich nasty. Ich mach 20 pro Hits. Du machst irgendwie so 6. Ja, aber guck mal, wenn ich schieße, dann nicht. Ich mach 20 auch mit Schuss. Ja, okay, stimmt. Ich bin gleich tot, du auch. Du bist aufpassen, Bro. Ich hab keine Healtrecke mehr. Das bisschen aufs Save-Spiel, wenn's geht. Ich kite die so ein bisschen, Bro. Ich kite die so ein bisschen. Ja. Ich mach einfach so ein, zwei Hits oder Gddeck. Ich muss hier hin und jetzt kann ich Spam, jetzt kann ich Spam. Ja, schön, schön. Okay. Ja, wir haben's gleich, haben's gleich. Digga, das ist halt perfekt. Guck mal, wenn wir Platz haben und ich kann schönen Dingsen und du kannst dein Ding machen. Ey, mein Toxic Trade ist, dass ich glaube, ich könnte das Game durchspielen, ohne einmal Schaden zu nehmen. Okay. Das ist die Geile wieder. Was müssen wir jetzt machen? Oh, oh, oh. Pass auf. Okay, du bist tot. Start. Okay, ich bin auch tot. Anyway, ich seh noch. Und ich bin tot. Okay. GG. Yo, danke dir. Für was gehen wir? Für mehr verteidigen, Bro? Hilf mal. Mach Hälfte, Hälfte. Schaden und Death. Hey, all in, komm. Digga. All right, Basti ist the Magic. The Magic Hustler. Stark. Neuer Zauber. Ah. Ah, ja, Bro. Halbe Stuhl muss jetzt. T-A-T-Y. Ah, Digga, ist so. Ey, müssen wir jetzt alles nochmal? Ne. Nein, müssen wir alles nochmal machen? Ja. Okay, dann lass uns für real erst kurz nochmal zum Shop gehen. Ich geh nochmal raus, ja? Ja. Okay, Chat, ihr meint mit Lager, meint ihr das Ding hier am Anfang, richtig? Warte mal, haben wir das hier inzwischen? Ne, ja. Ey, wir suchen ja immer noch die Items. Lass ich mal ganz kurz meinen Skill. Vielleicht ein... Ey, wir haben alle, oder? Ach, ne. Das ist der Neue, weil der sieht genauso aus wie der Alte. Ne, warte mal. Was muss ich... Was war das nochmal? Ah. Das ist mein Alter-Skill. Und ich kann es jetzt auch aus der Luft halt machen. Ja. Cool. Schau. Ah, Junge, hier Level 5 Schwer, Basti. Ach so, aber wir haben noch nicht... Je weiter hinten die Sachen, desto krasser. Okay, dann nehme ich Level 5 Schwer. Lass gucken, ob wir noch mehr haben. Vielleicht ist hier irgendwo ein Level 10 Schwer oder so, was wir schon haben. Level 20 Keule. Ja, okay, das ist das Krasseste, was wir haben. Was wir nehmen können. Okay, dann gehen wir zurück und... Ja, aber 20 ist krass. Alright. Naja, easy. Boah, ich glaube, jetzt kommt der Boss-File. Ja, okay. Pration-Schedul, der Typ ist schwer. Kannst du ihn irgendwie direkt einfrieren, Basti? I try. Ich habe ihn direkt mal umgeworfen. Ja, ich kann ihn freezen. Okay, er spielt jetzt... Okay, was geht denn? Junge, oha! Aber dafür ist ein Agi ganz gut. Ich gehe mal zu ihm hinkommen, ob er mich damit machen kann. Nee. Es gibt immer einen Stromschlag, wenn man da reingeht. Bro, er ist so schnell, holy shit. Ich mache mir auch richtig wenig Damage. Wir müssen Fähigkeiten benutzen, aber da können wir ihn locken. Ja. Wow, Bro! Hab' ihr genug? Schön, 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 schön. Ich lache ihn nochmal. Wir müssen wieder ausweichen. Ja, ist aber easy. Mit Heel-Tränken kriegen wir ihn auf jeden Fall. Ja, ja, Heel-Tränken ist easy. Das war's für mich. Du musst alleine. Kann ich mich retten. Danke, die wir sind beide tot. Egal, Heel-Tränken und dann haben wir es. Oh, der Typ ist insane, bro. Ja, just, danke dir. Okay. Alright, boss, ladies and gentlemen. Alrighty. This is it. This is it. This is the tribe, bro. Boah, guter Early Damage. Guter Early Damage. Kann sie frieren? Okay, okay, mach den Shit. Ich gehe mal auf, ähm... Ich versuche immer auf Eis. Guck mal, die feuert uns hier so an auf Perfekt. Naja, die freut sich. Können wir genug haben? Schön. Ja, das ist so OP, weil wir stunnen damit so und er kann nichts machen. Boah, stark, stark aus der Kraft. Bro, guck mal, wie wenig er hat. Junge, wir sind No-Jocod-Gamer, muss man ganz klar sagen. Digger, du bist gleich zwei Level über mir. Ja, ich mache auch mehr Damage. Boah, Junge, direkt ist dann die Sau. Aber es trifft noch nicht so gut. Dude, schön, 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 dranbleiben. Okay, er geht nochmal rein. Bro, wie wenig. Ja, ich mache mich. Das ist direkt. Ho, shit. Armin, 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 Armin. Wir haben nicht mehr einen Halt dran gebraucht, Bro. Das war sick. Good job. Sehr, sehr, sehr stark. Oh. Nein. Wie heißt die Mutterfohn? Oh nein. Was jetzt? Bro, es ist jetzt nicht der... Mann. Kevin, jetzt kommt der nächste Boss. Das ist der Boss. Guck mal, der ist doch insane jetzt hier auf dem Ding. Guck mal. Ja, aber können wir ihn angreifen? Oh, was geht's ab? Alter, das ist so, denke ich, die ganzen Partikel, ich sehe gar nichts. Oh, level up, komplett. Ja. Wir können bald den Cut machen, mein Bester. Aber ich habe es sehr... Also, ich finde es ultra geil. Ich will weiterzocken gerade und ich überlege gerade, ob es nur smart inzwischen ist, morgen einfach nur fünf Stunden geschlafen zu haben. Wo bin ich denn hin? Weil eigentlich passiert morgen nichts. Ich muss morgen nur da sein, auf, zuhören und essen. Oh, 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 er wieder, Bro, er ist, er wieder. Ich denke, so mich interessiert, es ist jetzt auch... Du kannst mir den Fall jetzt auch geschießen, Bazzi. Bro, ich mache unfassbar Damage. Das ist geil, wenn du's range. Aber ich brauche mal, du musst mir den Typen mal hier hinten wegnehmen, Bro, der mich die ganze killt. Hä? Mein Game ist freeze? Mein Game ist freeze? Spiel abgeboten. Bei mir auch? Digga, was? Digga, ich muss zocken. Kriegst du da, danke dir. Ehren, danke dir für den Prime Star. Was ist denn das? Steam ist down. Steam ist down. Steam ist down. Bro, das ist ein Zeichen. Steam ist down. Hey, no way. Pop stream, Bro, ich habe es sehr enjoyed. Game war geil. Okay, wenn ich auch... Auf jeden Fall. Vor allem, wir können ja auch einfach...